Die liberale Sozialdemokratie hat versagt. Die Antwort liegt in der radikalen Dezentralisierung. Ein Artikel von José Nino Im vergangenen Jahrhundert war der Westen von liberalen Sozialdemokratien geprägt. Sie gelten als die Vervollkommnung jedweder politischer Entwicklungen. Die Eliten im Westen sind von diesem System vollkommen überzeugt und glauben, es sollte auf der ganzen Welt verbreitet werden. Sei es auf indirektem Wege, etwa durch Farbrevolutionen oder durch aktive Eingriffe, etwa durch wirtschaftliche Sanktionen, militärische Einsätze oder staatenbildende Expeditionen. Liberale Sozialdemokratien sind politische Systeme, in denen Macht nur unter Vorbehalt einer politischen Klasse anvertraut wird. Zumindest auf dem Papier ist ihre politische Macht eingeschränkt, und zwar durch Verfassungen und den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Weiterhin sollen sie bürgerliche Freiheiten schützen und nominell sollen sie auch Privateigentumsrechte respektieren. Was ich in der Theorie für manche gut anhören mag, muss in der Praxis nicht von Erfolg gekrönt sein. Bei genauer Betrachtung der politischen Entwicklungen des Westens im vergangenen Jahrhundert kommt man schnell zu einer Erkenntnis. Die klassische liberale Ordnung, der laissez-faire des 19. Jahrhunderts, ist in den heutigen Sozialdemokratien zu einem Relikt verkommen. Darüber hinaus hat sich die moderne liberale Sozialdemokratie noch weiter gewandelt. Sie ist heute nicht viel mehr als eine dünne Fassade über ein weiches, autoritäres Regime. Die Regierungen im Westen haben durch ihren Umgang mit der Covid-19-Pandemie jede Illusion über die liberale Sozialdemokratie erschüttert. Die Ereignisse in Kanada, ein hoch angesehenes Land unter Sozialdemokraten auf der ganzen Welt, war augenöffnend in dieser Hinsicht. Als Premier Trudeau die Proteste des Freedom Convoy durch Notstandsgesetze eindämmte, zeigte er der ganzen Welt, dass eine moderne liberale Sozialdemokratie mitnichten etwas Besonderes ist, sondern sie ist ebenso anfällig in einen engstirnigen Despotismus hinabzugleiten wie jedes andere politische System. Proteste und Blockaden gegen die strengen Corona-Auflagen waren für die Regierung unter Trudeau Grund genug, sprichwörtlich die Hunde auf alle zu hetzen, die es wagten, gegen den übergreifenden Staat zu protestieren. Das Regime von Trudeau schlug mit seinen Notstandsbefugnissen zwei Fliegen mit einer Klappe. Er attackierte sowohl die friedlichen Demonstranten als auch den wachsenden Kryptosektor. Letzteres ist eines der wenigen noch nicht vom Staat vereinnahmten Bereiche menschlicher Aktivitäten. Vizepremier Christina Freeland kündigte Mitte Februar an, die Crypto-Wallets alle einzufrieren, die an den Demonstrationen des Freedom Convoy teilnahmen oder diese finanzierten. Mittlerweile hat Trudeau zwar scheinbar die Notstandsbefugnisse seiner Regierung zurückgenommen, aber der Schaden ist bereits geschehen. Im Gegensatz zu ihrer prahlenden Rhetorik über Menschenrechte offenbarte das Verhalten der kanadischen Regierung die Verlogenheit westlicher Staaten in der Ära von Covid-19. Wird eine liberale Sozialdemokratie wie Kanada erst gegen die Wand gedrückt, dann zeigt sie ihr wahres despotisches Gesicht. Der Westen bezeugt zurzeit den vorläufigen Höhepunkt einer seit über 100 Jahren unablässigen Ausdehnung des Staates. Die staatlichen Übergriffe haben ein Ausmaß erreicht, dass Menschen im Westen jede Illusion geschwunden ist, über die vorgeblichen Freiheiten, die sie glaubten, zu genießen. Menschen im Westen müssen innehalten. Und bei allem Respekt für den großen Ludwig von Mises, Demokratie ist nicht die Apothese politischer Systeme. In seinem Buch »Nation, Staat und Wirtschaft« schreibt Mises folgendes. Wer Frieden schaffen will, muss jede Möglichkeit für Konflikte zwischen Menschen beseitigen. Nur die Ideen des Liberalismus und der Demokratie können das erreichen. Zitat Ende Der Liberalismus des 19. Jahrhunderts begünstigte gesellschaftliche Kooperationen und den freiwilligen Austausch. Im Gegensatz dazu führte die Demokratie im Rahmen von Massengesellschaften zur Entwicklung technokratischer Regime. Diese respektieren zwar nominell das Privateigentum, gleichzeitig wollen sie jedoch das menschliche Verhalten bis ins kleinste Detail kontrollieren. Dazu weiten sie die Diktate ihrer Bürokratie nach und nach immer weiter aus. Zusätzlich erkaufen sie sich durch den Sozialstaat das Schweigen der Bevölkerung. Zentralbanken und ein ausgedehnter Sozialstaat sind ebenfalls Merkmale dieser allmächtigen Staaten, die sich nicht zufälligerweise zur gleichen Zeit bildeten, als die Massendemokratien sich im 20. Jahrhundert festigten. Um Mises kein Unrecht zu tun, muss man fairerweise sagen, dass er ein Mann seiner Zeit war. Er sah einen vom Krieg zerrissenen europäischen Kontinent, gespickt mit Monarchien und aufkeimenden Nationalismus im Bann kollektivistischer Ideologien. Demgegenüber sah er die Demokratie ganz pragmatisch als das kleinere Übel. Die Demokratie hat heute jedoch keinen Sinn. Sie kann die reißende Welle des Etatismus nicht eindämmen, die den ganzen Westen überflutet. Eine Rückkehr zu romantisierten Zeiten ist jedoch keine Option. Wir müssen aufbrechen und neue Wege bahnen, hin zu einer gerechten Gesellschaft, beruhend auf dem Privateigentum und der Vereinigungsfreiheit. Wie es der Jurist Karl Schmitt einst sagte, eine historische Wahrheit ist nur einmal eine Wahrheit. Eine Hinwendung zum laissez-faire-Liberalismus zu befördern lohnt sich immer, denn es beschränkt, was ein Regime sich erlauben kann. Die Geschichte zeigt jedoch, dass es nicht reicht, sich nur auf ein ideologisches Bollwerk zu verlassen. Es ist wohl an der Zeit, in größeren Dimensionen zu denken. Dazu können wir uns auf eines der unterschätzten Aspekte von Mises' Lebenswerk zurückgreifen, nämlich seinem Fokus auf die radikale Dezentralisierung. Jede Auflösung zentralisierter Macht kann dazu beitragen, sei es durch Nichtigkeitserklärungen, durch weiche Sezessionen oder durch den Aufbau lokaler Strukturen und Netzwerke. Wir stehen vor der Herausforderung, eine dezentralisierte Alternative zusammenzuflicken, aufbauend auf den positiven Aspekten vergangener liberaler Systeme, während wir ihre Fehler korrigieren. Wir brauchen neue Strukturen, aus freiwilligen Vereinigungen und geordneter Freiheit. Die entscheidende Herausforderung für Menschen im Westen wird sein, außerhalb der traditionellen Modelle politischer Ordnung zu denken, während sie um den Despotismus der Woke-Politik herumnavigieren. Für die auf Abwege geratenen westlichen Nationen wird die radikale Dezentralisierung ein Leuchtturm sein. Ob sie den Kurs korrigieren, bleibt zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017